Bhagavad Gita, Vers 2.21 O Partha, wie kann ein Mensch, der weiß, dass die Seele unzerstörbar, ungeboren, ewig und unveränderlich ist, jemanden töten oder einen anderen veranlassen zu töten? Erklärung Alles hat seinen bestimmten Nutzen und ein Mensch, der in vollkommenem Wissen gründet, weiß, wie und wo etwas seine richtige Verwendung hat und kennt daher auch die richtige Anwendung von Gewalt. Obwohl der Friedensrichter über einen Menschen, der wegen Mordes verurteilt ist, die Todesstrafe verhängt, kann gegen ihn kein Vorwurf erhoben werden, der nach dem Gesetz handelt. In der Manusamita, dem Gesetzbuch der Menschheit, wird bestätigt, dass ein Mörder zum Tode verurteilt werden sollte, damit er in seinem nächsten Leben für die große Sünde, die er begangen hat, nicht zu leiden braucht. Deshalb ist es tatsächlich von Vorteil, wenn der König einen Mörder hängen lässt. In ähnlicher Weise verhält es sich mit Krishna. Wenn er den Befehl gibt, zu kämpfen, muss man daraus schließen, dass diese Gewalt um höherer Gerechtigkeit willen notwendig ist. Deshalb sollte Arjuna der Anweisung folgen, da er wohl weiß, dass diese Gewalt, die im Kampf für Krishna angewandt wird, keineswegs Gewalt ist. Denn der Mensch oder vielmehr die Seele kann auf keinen Fall getötet werden. Zum Aufrechterhalten von Gerechtigkeit ist sogenannte Gewalt gestattet. Eine Operation soll den Patienten nicht töten, sondern heilen. Daher findet der Kampf, den Arjuna im Auftrag Krishnas ausführen soll, in vollständigem Wissen statt. Und daher kann keine sündhafte Reaktion folgen.